Wir spielen heute LOLSketch, eine Mischung aus League of Legends und Scribble. Viel Spaß! Ach du Scheiße! Ja, viel Spaß bei der Hand. Das ist Ice Cube. Das ist ne Ability bei mir. Scheiße. Okay, warte, das ist... Also ich hab's, aber ich krieg nur halbe Punkte. Was? Digga, wie heißt das? Junge, das ist absolut gut. Players who haven't guessed the word yet will not be able to see your messages. Okay, perfekt. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Namen eingehe... Wenn ich jetzt hier den Namen eingehe... Ja, hab ich auch schon gedacht. Wenn ich jetzt den Namen eingehe... Wie heißt das denn? Du kannst es ja sehen, oder? Skorby. Thunderclap wär's gewesen, oder? Thunderclap heißt die Scheiße. Wo? So, Jungs. Ey! Ihr Sackraten, ich hab doch gesagt... Ja. Ist das ein Champion, sagen wir das? Ja, ja. Ach so, ich hab die Füße ein bisschen zu groß gemacht. Scheiße. Ach so. Weil das dann der Körper... Und das dann der Kopf... Was? Nee, warte mal. Das ist bald Farben, was ich glaub. Was? Warte mal, ich mach den Kopf nochmal größer. Hat der Hände? Nee, einfach nicht. Was? Oh, nein! Hä? Warte mal. Ich muss damit, Alter. Digga! So eine Bestie. Ja, wo sind denn die Hände? Digga, ich hab Saum. Uff. Was ist das? Mh! Der hab ich mies verdrückt, scheinbar. Mhm. Geil. Biest. Chuga, das ist die Ult. Stimmt, der kann auch... Oh. Einfach... Einfach zwei, Digga. Was? Nein! Was ist das für eine Gießkanne? Ich dachte, das wäre eine Hand, aber jetzt bin ich verwirrt. Nein, nein. Hier ist noch so'n Ding. Er wirft nen Progeball. Das sagt mir irgendwas. Der ist doch eindeutig Ignite. Das ist Decay. Ah, lol. Scheiße. Ah, strong aber. So, ist das ne Ability? Okay. Ah. Das wollte ich ausschreiben. Warte. Boah, keine Ahnung. Powerball. Hara. Ach du meine Güte. Ist das die Ability? Ja, ne, das ist ein Check-In. Achso. Und deswegen war ich gegrüß gleich die Leute zu machen. Stem-In? Das ist dumm. Der ist ein Champion. Das war mir nicht egal. Finde ich die Twisted Fate weh. Da ist sie doch. Ja, okay. Ja, das war's dann auch, ne? Okay. Ich muss, glaube ich, den Champ dazu mal. Sonst war's das. Hä? Hä? Ohhhh. Ohhhh. Ah, jetzt sehe ich, was ist das? Ja. Jetzt ist die Ability von ihm da. Guck was er doch macht. Oh. Hallo. Alter, du bist doch so krank. Ich bin wieder da. Was ist das für ein Champion? Das ist ja die komplett falsche Farbe. Ja, es geht, es geht doch keine, es geht doch keine gute Farbe. Ja, du hast halt echt, aber es ist, es ist ein Sche... Kartus soll... Die E ist das. Das ist Kartus. Das ist doch die E, oder? Ja, das ist die E. Ja, es ist die E, es ist die E, es ist die E. Die Farben sind voll scheiße dafür. Für den blöden Knill. Knillig. Trapp ihn oder... LOL. Okay, LOL. Sieht aus hier mega. Sau strong aber, sau strong. Ich find's sehr cool. Digga, das ist ein Hexenhut mit 30 Maracken drauf. Digga, wer hat denn solche Dinger nochmal? Wer guckt denn so komisch? Das ist doch... Sind das doch Augen? Das ist ein Bandit mit drei Augen. Oh. Sehr gut. Sehr gut. So strong. Digga, wer ist Stickman? Ist das eine Ability? Ist das eine... Was? Achso, ich dachte, er schläft. Das ist ein Champion. Ach, der Champion, okay. Das muss schon ausreichen. Digga, wie schweigt man den, den Knecht? Ey, wie schweigt man den? Junge, wie ich den geschwiegen hab. Jetzt weiß ich, warum... Die Augen... Digga. Was ist das? Digga, ich hab erst mit S-H-A-O geschrieben, Digga. Oh, okay, let's go. Die Augen waren es doch. Hol dir. War's das? Das ist es. Du zeigst mir gerade eine Lebensgeschichte, aber keine Ability. Doch. Oh mein Gott, ist das gut. Oh, das ist so huge. Oh mein Gott, Summit, was ist mit dir? Jetzt ist nicht... Oh, ich schreibe gar nicht falsch. Summit. Ah, okay. Ah, okay, okay. Okay, okay. Wie schreibt man den? Wie schreibt man den? Ich weiß nicht, ob ich jemals eine Ability hier beim Namen nennen kann. Außer vielleicht Fiest, aber die hab ich selbst gemalt. Oh Gott, Digga. Ich dachte, da kommt jetzt so ein Schmied. Ich dachte, das ist ein Amboss, Alter. Wie der Fall... Was? Was? Keine Ahnung, wie's heißt. Ach, das ist Ability? Ich hab den Champion sagt. Was? Ich wusste ungefähr wie es heißt, aber ich wusste ungefähr alles davon. Game Ending. Nein, du hast mich damit überholt. Oh Mann. Aber ehrlich, Mundo war gut gemalt. Ja. Mit den grünen Haaren, oder? Mundo und nicht grüne Haare? Nicht mehr. Ich glaub das blaue. Digga, ich google Mundo, Digga. Und ich komm einfach... Scheiße. Okay, nächste Runde. Oh, noch eine Runde. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mit Items jetzt. Musst du irgendwas machen, oder? Wir machen mal alles rein. Ja, volle Dosis, komm. Maximum Dose. Hoffentlich hat Gob jetzt ein Skin. Oh nein. Ja, hab ich auch. Das ist ein Skin. Ich wär grad so sicher mit Mailfighting. Was? Hä? Hä? Was? Ich bin verwirrt. Was ist los? Mail Sahat. Ja. Mail Sahat. Hä? Oh, läuft. Nein. Ich hab auch keine Ahnung, wie der Skin ist. Ich weiß, wie der Skin ist, aber nicht der Champ. Battle Boss Kiana. Ich hab Final Boss Kiana geschrieben, aber ich hab sie falsch geschrieben. Ha, wie geil. Was? Okay, wait. Ja, das kann ich nicht sagen, was das ist. Das wisst ihr selber. Echt? Ich kann's nicht sagen, was das ist. Was? Also, das ist kein Champ. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sag ich denn? Oh. Das ist ein Item. Nein. Das geht auch. Ja, scheinbar. Was haben wir denn noch drin? Alles. Alles. Also wirklich alles. Ah, äh. Was soll ich denn jetzt dazu machen? Ich kann das hier noch dazu machen. So, keine Ahnung. Das ist ein Summoner-Spell, oder? Digga, sowas aus dem Bosnien-Dieb. Alter. Haha, ja. Geil, Digga. Ich weiß auch nicht, was das ist. Keine Ahnung. Was? Keine Ahnung. Steht ja nirgends. Also, das ist kein Champion. Ich denke echt, ne? Doch, nur ohne. Oh mein Gott, äh. Glaube ich. Das ist es ja nicht. Boah, Junge. Wie heißt die Rune? Wie heißt das? Wie heißt das, ne? Wie heißt die Rune? Wie heißt das, ne? Ach, wie? Digga, was passiert da? Ja, das stimmt. Ich würde schon sagen. Sieht gut aus, oder? Junge. Bei Rune habe ich es leider nicht verstanden. Boah, bei der würde ich. Aber ich kann das nicht machen. Bei der würde ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, doch nicht. Ich dachte, es ist dieses... Oh mein Gott. Der hat doch damals so ein langes Gesicht gehabt. Oh, nein. Oh nein. Oh, weiß ich doch nicht, Digga. Warte, ich mach's jetzt. Jetzt mach ich auf, wie es. Ich heiß doch nicht wie... Irgendens den heißt von... Molten. Ach, da... Scheiß drauf. Das ist rammwitzig. Ja, die Spikes, Bro. Hast du nicht in seine... 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 Seine platte Fresser gesehen? Boah, die sind sehr gefremd. Die sieht sehr polisch aus. LOL. Ah, ich war's nicht. War ich? Ja, ich war's. Das ist ein... Das ist ein Schnier. Keine Ahnung was. Hä? Also ich schreibe ja nicht zweimal dasselbe. Oh. Die Zähne haben's rausgerissen. Digga, ich dachte, das wäre... Digga, keine Ahnung, Alter. Entzünder, kein Warwick raus. Ach, Junge. Aber ich dachte, das wäre ein Hörner. Digga, was? Was ist das? Ja, kein... 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 Ach, Scheiße. Okay. Man könnte ja Sonic reindenken. Was ist das für eine Rune? Digga, was soll ich denn machen, Mann? Das ist voll verkackt, Alter. Ja, Schmutz. Was ist denn Schmutz? Was ist denn das? Warum nimmt man so eine Scheiße ins Game mit rein? Digga, was habe ich eigentlich... Das ist halt wirklich Sonic. Ui, Team-Mate-Hunter! Frag mich nicht, Digga. Frag mich nicht, dass das so aussieht, Alter. Dinger. Ah, das ist die Rune. Ich dachte aber, es gibt nur die... Ja, ja. Dachte ich auch. Ja, Lethal Tempo ist... Ja, Lethal Tempo ist auch eine Unterruner, hast recht. Hä? Alter. Nein, nein, hör auf. Ey, wie schreibt man das? Schreibt. Nee, ich hab gar nicht mehr. Ich hab gar nicht mehr. Ich hab gar nicht mehr. Ich hab gar nicht mehr vergessen. Ich hab auch einen Schrei. Richtiges Gefühl, weil ich es gestern geredet habe. Mann! Ich auch. Ich hab's zweimal falsch. Ich wär so voll hier gewesen. So eine Scheiße. Hab ich gerade fucking ein R vergessen? Ja. Ja. Richtig. Ihr habt erst Dusk Blood of Dracca geschrieben? Ja, scheiß drauf. Das Glatt of Dracca. Ich seh uns jetzt als richtig schweres Spiel. Eine Runde, 30 Sekunden und nur Champions. Und ohne First Guest Delay. Und ab dafür. 30 Sekunden und Bundeskore. Ich fang an! Ja! Nein, wa... Oh, Digger! Er will ein YouTube-Video machen und was sagt der, Digger? Achso! Sonst blörst du raus. Benne, der andere. Der stinkt! Digger, gut, dass Benne seine... G-gut, dass Benne seine Videos verarbeitet. Benne. Oh? Ja, komm, wir vergessen. Okay, okay, okay. Oh, warte mal. Ich muss direkt loslegen, Digger. Hallo! Zehn Sekunden! Nichts einfach! Das ist dein Schwert. Das hat er in der Hand. Warte. Digger, das ist voll scheiße! 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 Ja, guck mal oben! Scheiße! Keine Ahnung, Digger! Eko Asse! Okay! Was soll ich tun? Jetzt zieh ich die Haare auf! Jetzt zieh ich den Abbruch! Ach du meine Fresse! Hallo! Schmal, Digger! Zeit läuft! Zoboy Surfers einfach! Das ist ne Schlange! Das ist ne Snack! Beschreib' mal, Digger! Beschreib' mal sie! Beschreib' mal sie! Das mach ich nicht! Das ist der Space-Drache, Leute! Nein! Ich hab' mich voll verschrieben! Aureli! Oh und so! Aurelians! Nein! Äh! Ne, ist ober! Keine Ahnung! Was? Hä? Ist das? Diese Lied in der Farbe! Partier aus so'n schönen Gürtel! Was? Hat'n Six-Pack, hat schöne Haare! Oh! Nee! Digger! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Scheiße! Oh Scheiße! 10 Sekunden weg und er hat nichts gemacht! Ich weiß, wer ist das? Was? Ich war so sicher damit! Dass es ein Mordekaiser ist! Mann! Schäm! Warum ist das so breit? Aber das ist eine Maske! Was? Digger! Was? Digger! Was weiß ich's denn? Äh! Oh ha! Einfach 33% der Zeit nichts gemacht! Ha! So Digger ist das! Was? Was? Digger, was ist das überhaupt? Ist so eine Maske? Ha! 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 Digger! Wie nennt man den Typen mit der Maske, der bei WWE ist? Digger! Das ist der Typ! Ray Mysterio! Das ist der Ray Mysterio! Das ist der Ray Mysterio! Ist das? Ich bin schon ein anderer! Digger! Oh Leute! Digger! Digger! Ein blauer Schnapp! Der weiß es! Endlich! 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 Was? 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 Oh Leute! Du hast keine Hilfe! Echt? Du musst denn nen Typen machen? Digger! Wie schreibt man die? JA! So was wie man die schreibt! Ist so gut! Ich hasse sie, ne? Ja ne! Die heißt Casio Payer, nicht Pio! Digger das Gesicht! Digger das Gesicht! Das Gesicht ist ja klingel! Oh ja Leute! Viel Spaß! Dann habt ihr ja rein! Das Ding macht mir legit Angst! So, da seht ihr auch! Seine Mami! Ah! 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 Seine Mami! Wo sieht die Ente aus? Sehr strong! Trenata! 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 Jünger! Muss doch mal Vega funktionieren! Digger hat einfach Spott in der Hand! Ist das ein Boxhandschuh? Was? Oh mein Gott! Schnapp! Oh mein Tristana, ne Rakete in der Hand! Trenata! Oh mein Tristana hat so ein fettes Ding in der Hand im Vergleich zu ihr! Trenata! 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 peitsche das ist das ist keine feitsche okay ich schreibe nein was wie schreibt man den mehr auch die hässliche knechter der chance waltet 30 sekunden ist viel zu witzig du weißt du was noch lustiger jetzt ist wir machen das gleiche mit abiliten ich mache mir ganz kurz die bildet ist oft ganz ganz kurz okay ich hoffe ihr seht es danach dann hast du abilities oh mein gott der hatte keine ahnung ich habe das item was bruder ich hab doch nicht was soll ich machen ja was ich dachte das ist ja das ist das geht ja sogar noch meinst du das das können uns der krebs haben sein wirklich krabbe die raucht das erkennt ihr jetzt nicht weil ihr den spell nicht er bot um 20 uhr was bei gott der wie heißt das ich kann ja das war so dumm auch mann wieso ja habe ich komplett wieso schreibe ich denn stimmt wie heißt es nicht ist nicht einfach doch doch sind der bild ist das weißt du ich habe das wenig geschrieben und ja viel spaß wieso eigentlich wieso sehen ich alle meine bildet ist gleich aus die ich hier malen muss man was soll ich denn jetzt machen hallo es gibt es noch was so aussieht kaiser w ich denke wer macht um 19.19 ein daily restart es gibt es schon weil ich es nicht ironisch anspruchs 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 Bis zum nächsten Mal.